Eine neuwertige 5 Zimmer Penthouse Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Eutin. Die Wohnung wurde 2013 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über eine Einbauküche sowie einen Parkplatz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bei einer Wohnfläche von ca. 196 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Penthouse Wohnung auf 2000 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.